Hallo Leute! Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin der Bodo und ich wollte euch was verraten. Ich beschäftige mich manchmal mit Videogames und mein Top-Videogame ist Candy Crush. Wenn ich Zeit habe, dann seit 2011 bei Candy Crush. Ich bin dabei. Level 4398. Und nun den hier. Nimm hin. Und noch einmal. Na komm, das bisschen kriegen wir doch noch. So, schreibt mir eure Lieblings-Candys. Hier in die Kommis. Hier in die Kommis. Hier in die Kommis. Hier in die Kommis. Hier in die Kommis.